Die Zerstörung der Natur hat noch schlimmere Folgen als gedacht. Und zwar die Corona-Pandemie. Sie zeigt, dass wir eine wirklich drastische Wende brauchen. Denn am Ende sind auch wir Menschen abhängig von funktionierenden Ökosystemen. Mit der Vernichtung von Lebensräumen erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für Pandemien. Doch wie genau hängt die Corona-Krise mit der Umweltzerstörung zusammen? Und wie können wir uns mit Naturschutz in Zukunft vor solchen Seuchen schützen? Clixoom Nature. Hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Clixoom Nature ist übrigens Teil der Bildungsinitiative von Fridays for Future. Wir bilden Zukunft. Unter diesem Hashtag gibt's weitere spannende Inhalte. Auf der ganzen Welt wird derzeit versucht, die Corona-Virus-Epidemie, oder Pandemie ist es ja, einzudämmen. Wenn wir die momentane Krise in den Griff bekommen, stellt sich für die Zukunft der Menschheit vor allem eine Frage. Wie können solche krassen Pandemien verhindert werden? Um das zu beantworten, ist es wichtig, den Ursprung des Erregers zu finden. Dazu gibt es aktuell zwei Haupthypothesen. Eine davon lautet, das Virus könnte durch natürliche Selektion in einem tierischen Wirt entstanden sein, bevor es von Tieren auf Menschen übertragen wurde. Die andere Hypothese besagt, dass die natürliche Selektion im Menschen stattgefunden hat, nachdem die Übertragung von Tieren bereits begonnen hat. In beiden Fällen ist es elementar, dass wir verstehen, wie ein Virus die Artengrenzen überbrückt und schließlich auch uns Menschen infiziert. Nur so kann erforscht werden, wie man solche Übertragungen in Zukunft aufhalten kann. Der Biologe, Ökologe und Wirtschaftswissenschaftler Joachim Spangenberg hält es für wahrscheinlich, dass das Virus aus Wild- oder Zuchttieren auf den Menschen übergegangen ist, da sein Ursprung bis zu einem Wet Market in Wuhan zurückverfolgt werden konnte, auf dem lebende Tiere angeboten werden. Sie werden dort vor Ort geschlachtet, das Blut fließt, deswegen Wet Market und verkauft und das zum Teil unter unterirdischen hygienischen Bedingungen. Einige Studien gehen von Fledermäusen aus als Ursprung, da SARS-CoV-2 dem Coronavirus der Fledermäuse am ähnlichsten ist. Von da aus ging es auf den Mensch über und wurde in der Bevölkerung weitergegeben. Es wurden aber bisher keine Fälle einer direkten Übertragung von Fledermäusen dokumentiert. Josef Settele, Biologe und Vize-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrats, vermutet deshalb, dass es einen Zwischenwirt geben könnte. Dadurch hätte das Virus bereits die Eigenschaften gehabt, um sich schnell von Mensch zu Mensch zu verbreiten, weil es schon eine Evolution im Tier durchlaufen hatte. Auch das Schuppentier könnte eine zentrale Rolle spielen, zumal einige seiner Coronaviren in Teilen ihrer genetischen Struktur SARS-CoV-2 sehr ähnlich sind. Es könnte also auch ein Coronavirus eines Schuppentiers auf Menschen übertragen worden sein, direkt oder durch Zwischenwörter wie etwa Ziehbettkatzen oder Frettchen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine Chimäre aus zwei Viren zu SARS-CoV-2 geführt haben könnte, also eine Verschmelzung von zwei Viren. Auf jeden Fall gibt es eine Übertragung über Artgrenzen hinaus und natürliche Biodiversität spielt eine wichtige Rolle. Die Biologen haben bereits vor vielen Jahren davor gewarnt, dass die Zerstörung der Natur zu Epidemien und Pandemien führen kann. Unter anderem wurden Szenarien veröffentlicht, wie sich der Verlust von natürlicher Vielfalt auf unsere Gesellschaft auswirken könnte. Darunter gab es auch ein sehr düsteres Szenario mit einer außer Kontrolle geratenen Pandemie. Ein Szenario, das heute die schreckliche Realität ist. Mit der Schrumpfung von Lebensräumen schaffen wir Menschen die optimalen Bedingungen für die Verbreitung von Krankheiten. Viren zirkulieren in Wirtstieren und durch unseren Eingriff in die Natur reduzieren wir die Barrieren zwischen den Menschen und diesen Wirten. Unsere Nutzung von Flächen und Ressourcen zerstört Lebensräume und das führt zu höheren Populationsdichten einiger Arten und auch zu mehr Kontakten mit Menschen. Arten, die überleben, müssen sich anpassen und zu ihren Verhaltensänderungen gehört dann, dass sie ihre Lebensräume auch mit Menschen teilen. Außerdem sterben sehr spezialisierte Arten oftmals aus und anpassungsfähige Arten siedeln sich an. Mit diesen Generalisten verbreiten sich dann aber auch sehr anpassungsfähige Erreger. Außerdem werden Menschen, wenn sie neue Gebiete erschließen, mit neuen Arten konfrontiert, für die sie noch keine Immunabwehr haben. Ein konsequenter Schutz der natürlichen Vielfalt wäre also gleichzeitig ein effektiver Seuchenschutz. Vor diesem Hintergrund wirkt es fast ironisch, dass der nächste Welt-Biodiversitäts-Gipfel ausgerechnet in China stattfinden wird. Dort wurden die Wet-Markets mittlerweile geschlossen, aber damit ist es bei weitem noch nicht getan. Wenn mit der zunehmenden Zerstörung von Ökosystemen die Wahrscheinlichkeit von Pandemien steigt, ist der Artenschutz auch für uns eine Lebensversicherung und muss dringend vorangetrieben werden. Und zwar weltweit. Was wir brauchen, ist ein internationaler Rahmen für den Naturschutz. Bei der nächsten UN-Konferenz soll eine globale Biodiversitätsstrategie erstellt werden, um die biologische Vielfalt zu schützen. Dann wird sich zeigen, was die Corona-Krise bewirkt hat und ob die Weltgemeinschaft wirklich aus ihr gelernt hat. Denn Umwelt- und Naturschutz ist ein wichtiger Baustein der Pandemie-Prophylaxe, wie auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade beim Petersberger Klimadialog betonte. Zitat, es führt also kein Weg vorbei, dass wir beim internationalen Schutz der Biodiversität und der Wälder vorankommen. Immer mehr Tiere werden geschützt. Hoffnung für Elefanten, Artenschutzkonferenz anklicken, anschauen und abonnieren. Also wenn das Video hier schon entscheidet, sonst ein paar Sekunden später. Und zwar Clixoom Nature. Und die ganz Harten können uns auch konkret unterstützen. Zum Beispiel mit einer Kanal-Mitgliedschaft oder auf Patreon. Und allen, die das schon getan haben, einen Riesen-Dank. Ihr seid Teil unseres ehrgeizigen Projekts, die Welt mit unseren Nachrichten ein bisschen besser zu machen. Dafür bekommt ihr unsere Videos vor allen anderen und das auch noch werbefrei. Also macht mit. Bis dann. Bleibt dran.